Julian Schmutz, 48er Spiel, ohne Goal. Er hat gesagt, er hat den Gorilla auf dem Rücken. Wie gut ist es gerade gegangen und der Abelkeit ist heute? Ja, sehr gut. Ich bin wirklich froh, dass ich das Goal endlich erzielen konnte. Ich habe wirklich lange daran gearbeitet. Ich bin einfach froh, dass es jetzt schon endlich mal rein ist. Man hat die Leichterung gesehen, man hat auch das Gefühl, es ist allgemein euch selber sehr gut gelaufen. Ist automatisch für einen Sturm natürlich mehr selbst verdrungen, wenn das passiert. Ja, definitiv. Ich glaube auch, die letzten anderen Matches haben wirklich gut gespielt. Aber ja, man will halt dann schon nicht mehr so die Scheiben. Und dann habe ich gemerkt, nachdem ich das Goal gemacht habe, dass ich wieder mehr die Scheiben haben wollte. Ich muss aufpassen, dass ich es dann nicht fast zu viel haben wollte. Aber ja, klar, eine riesen Erleichterung.